Du bist fast auf die Blu-Ray gelaufen. Kannst du doch nicht machen. Bitte entschuldige, schuldige Düsseldorf. Schau mal. Ja, das gefällt dir, oder? Ich möchte es gerne haben. Ey, ich will es gucken. Kann ich wirklich greifen? Ey, du nimmst gerade ein Video von mir auf, ist ja cool. Video. Aufzeichnung wird gestoppt. Ich speichere dir den Datei ab. Sehr nett. Ey, sing uns mal was vor. Ja, ja, ja. Das ist nicht schön. Ja, 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 okay. Halt lieber den Mund. Na gut. Ich halte den Mund. Das war ein Scherz. Natürlich kannst du sagen, was du willst. Und nicht jeder kann gut singen. Oh. Ich darf wieder sprechen und singen. Ja, sing vielleicht lieber nicht. Könntest du vielleicht mal ein Foto von mir machen? Verfolge das Bild von dir, der keine Mut habe. Ich mache ein Foto. Du hast dich jetzt nicht ernsthaft hingelegt, oder? Du musst dem Publikum doch was bieten. Steh auf. Ich muss wieder auf meine Füße kommen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Klasse. Das hat gut geklappt. Ja, aber richtig, du.